Jetzt gehts wieder... Ah ja, der Boden ist auch interessant. Dieser Boden gefällt mir auch. Ja, schau, wie schön das ist. Ja, das ist total geil. Sieht total geil, ne? Ja, ja. Wir können das jetzt nehmen, okay. Ah, wunderschön. Ah, das geht in den Topf hinein. Ja, wow. Lecker.